Ihre Kunden, Mitarbeiter, Partner und Lieferanten haben alle etwas gemeinsam. Sie verlassen sich alle auf Ihre wichtigen IT-Systeme und Geschäftsprozesse. Womöglich nutzen Sie Standard-ERP-Lösungen von Info, JD AdWords, SAP, Mises oder spezielle Bank-, Produktions- und Logistikanwendungen, eventuell in Kombination mit betriebseigenen Lösungen. Damit Ihr Unternehmen effizient und profitabel arbeiten kann, sind Sie auf eine funktionierende Informationstechnologie und störungsfreie Prozesse angewiesen. Die Anforderungen an IT-Dienstleistungsunternehmen und an IT-Serviceleistungen sind in den letzten fünf Jahren enorm gestiegen. Einen IT-Ausfall oder eine Störung kritischer Unternehmensprozesse kosten Zeit und Geld. Deshalb ist eine schnelle Problemerkennung und Behebung unbedingt notwendig. Die Komplexität der IT-Landschaft und die damit verbundene Administration nehmen stetig zu. Gleichzeitig ist das bestehende Personal überlastet und zusätzliche Mitarbeiter zu teuer. Aus Folge einer unzureichenden Überwachung der Geschäftsprozesse sind erhöhte Ausfallzeiten, Kosten und Unzufriedenheit zu verzeichnen. Ist dies unausweichlich oder gibt es Alternativen? Die Software von Halcyon verfügt über Templates zur Überwachung von Anwendungen, die ohne hohen Aufwand an Ihre speziellen Anforderungen angepasst werden können. Ihre IT-Mitarbeiter werden entlastet bei gleichzeitiger Serviceoptimierung. Halcyon überwacht Ihre IT-Infrastruktur, ERP oder Ihre hausinterne Anwendungsumgebung ununterbrochen. 24 Stunden am Tag. Bei ernsthaften Störungen werden Sie von der Halcyon-Software sofort informiert. Das Einleiten automatischer Korrekturmaßnahmen reduziert Ausfallzeiten und verhindert das wiederholte Auftreten. Sie können alle routinemäßigen IT-Überprüfungen und manuellen Aufgaben automatisieren. Dadurch können die Unternehmens- und Serviceanforderungen steigen, ohne dass sich die IT-Personalkosten erhöhen. Dies führt nicht nur zu einer Minimierung von menschlichen Fehlern, sondern senkt auch die notwendige Zeit zur Fehlerbehebung. Kritische Prüfungen werden nicht vergessen und Risiken für Ausfallzeiten reduziert. Letztendlich können Sie und Ihr Team mehr Zeit in IT-Strategien und Optimierung investieren, anstatt ständig auf Ihre IT-Systeme aufpassen zu müssen. Die Software von Halcyon lässt sich bequemen bestehende Architekturen, wie zum Beispiel ein Helpdesk-System, integrieren. Außerdem wird die Software Feeds von Ihren anderen Anwendungen und IT-Systemen annehmen, sodass Sie von einer zentralen Stelle aus, oder wenn Sie gerade unterwegs sind, über ein mobiles Gerät Alarmmeldungen erhalten und Probleme behandeln können. Indem alles über ein einziges System gesteuert wird, können wir Ihnen helfen, Ihre Effizienz zu steigern, Risiken zu minimieren und für Ihr Unternehmen Geld zu sparen. Halcyon Software reduziert Ausfallzeiten und verhindert Katastrophen und ermöglicht eine zentrale Sichtweise der gesamten IT-Landschaft.